Hi, grüßt euch bei Blutomator. Ich bin der Björn von Canoa Trading für Battalion Snowboard Star in Österreich zuständig und wir zeigen euch hier die neue Line für 1819 und sind jetzt bei einem ganz besonderen Board angelangt. Ihr seht vor mir das Komplett Blackout Battalion Surfer. Der Stealth Bomber, also wenn du wirklich Gas geben willst, im Powder unglaublichen Auftrieb haben willst, dabei aber auch noch Kantengriff auf der Piste carven möchtest, dann bist du mit dem Battalion Surfer genau auf der richtigen Seite. Ganz spezieller Shape mit dem Swallowtail, neue Triple Base Generation. Wir haben nochmal die extremste Triple Base, die wir auch jeweils gemacht haben auf dem Surfer nochmal mit der dritten Generation, dem Sidekick. Nochmal extra Aufbiegung nach dem breitesten Bereich des Boards, es hilft nochmal ein extra Float in Powder zu bekommen. Es hilft bei der Einleitung der Turns nochmal leichter in die Turns reinzukommen. Und was noch ist, wenn die Piste ein bisschen uneben ist, dann kriegst du mit dem Sidekick ein bisschen Laufruhe noch mehr rein. Ganz besonders beim Surfer, im Swallowtail ist sogar auch die Triple Base verbaut. Ihr seht hier was ganz besonderes. Rundrum gehende Kante, Carbonstreben, die hinten ins Swallow rein gehen und so das Swallowtail auch sehr stabil machen. Also suchst du was ganz besonderes für einen Powder und zum Carven auf der Piste. Das Battalion Surfer ist genau dein Wort. Check dir das aus, schaust dir an. Pow is on. Viel Spaß in der Saison. Und dann mach ich es eisen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020